Einen wunderschönen guten Morgen! Ich grüße dich ganz herzlich zum Engel-Orakel in der Engel-Trend des Tages für den 13. Mai 2020. Schön, dass du wieder einschaltest und schön, dass du jeden Tag bei den Engel-Trends dabei bist. Ich freue mich immer, wenn ich eure Kommentare lese und so viel von euch sehen darf. Veganer ist die Tagekarte aus meiner Kraft der Engel-Orakel. Egal, wie du dich sonst ernährst, heute ist ein guter Tag, zu überlegen, dich mal rein pflanzlich zu ernähren. Manchmal zu sagen, wir lassen alles Tierische heute einfach mal weg, egal wie du dich sonst ernährst. Ich bin selber niemand der anderen mit irgendwelchen Dogmen einer Ernährungsweise aufgedrückt. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Aber heute solltest du wirklich mal sagen, hochschwingende Nahrungsmittel, viel Gemüse, viel Obst, ganz pflanzlich dich mal zu ernähren, um einfach die Schwingung, die in dir ist, zu erhöhen und dich auf das nächste Level, deinen Körper auf den nächsten Level zu bringen. Du wirst zu mehr Energie, Vitalität und Lebensfreude kommen über diesen Weg. Der Ritter des Wassers, auch schön, das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Emotionen, es geht um Emotionen, es geht um die Liebe. Das passt natürlich sehr gut auch zu der Ernährung, weil du isst liebevoll mit dir rum. Du gibst deinem Körper etwas, was dir gut tut und du wirst in eine andere Energieschwingung kommen. Heute ist ein guter Tag für die Liebe. Alle Singles da draußen, ob mit Maske oder ohne, ihr könnt euch heute verlieben. Heute ist ein super Tag dafür. Also einfach mal rausgehen, einfach mal in die Welt hinausgehen und mit offenen Augen in die Welt gucken. Diejenigen, die schon in Beziehungen sind, können sich heute mal neu verlieben. Schaut euch deinen Partner mal wieder mit neuen Augen an. Es ist wichtig, die Gefühle zu kommunizieren, darüber zu sprechen, was ihr füreinander empfindet. Vielleicht hast du deinem Partner schon lange nicht mehr gesagt, wie sehr du ihn liebst. Dann macht es heute. Es ist ein guter Tag dafür, um einfach die Liebe wieder neu aufleben zu lassen. Und habe dabei keine Angst. Erzengel Gabriel Ohake spricht von Verletzbarkeit. Deswegen ist es oftmals die Angst, die die Liebe von uns fernhält. Und das ist das Einzige, was uns heute auch in der Liebe dann im Wege stehen kann, ist, dass wir Angst haben vor der Verletzbarkeit. Natürlich, wenn wir unser Herz öffnen, sind wir vielleicht für den anderen etwas verletzbarer. Das kann sein. Aber in Wahrheit, die Wahrheit ist folgende. Wenn wir Mauern vor unserem Herzen errichten, dann werden wir Menschen anziehen, die versuchen, diese Mauern einzureißen. Das sind dann sehr schmerzvolle Prozesse. Und das kann richtig wehtun. Wenn wir unser Herz aber aufmachen und unsere Verletzlichkeit zeigen, dann werden wir Menschen anziehen, die auch ein offenes Herz haben und die sensibel und liebevoll mit uns umgehen. Also, höre auf deine verletzlichen Gefühle. Sie sind erfüllt von Weisheit und Inspiration und öffne dein Herz. Es geht wieder um die romantische Liebe. Ich finde es immer wieder spannend, wie die Karten sich so ergänzen. Denn auch, was zum Erzengel Michael Orakel oder Erzengel Michael gesagt hat, die Engel der romantischen Liebe helfen dir heute. Es geht um das Liebesleben, also rundherum, sozusagen. Und wir werden auch gleich wieder das erste Gebet sprechen. Und wie immer, wenn du unsere beiden Gebete unterstützt oder meine beiden Gebete unterstützt, schreibe dreimal Amen 777 in die Kommentare. Lieber Gott, liebe Schutzengel und liebe Schutzengel meines Seelengefährdens, ob ich ihn kenne oder nicht. Ich danke euch, dass ihr über meinen Seelengefährden und mich wacht und uns auf die Liebe vorbereitet. Uns die Motivation gibt, positive Veränderungen in unserem Leben vorzunehmen und dafür sorgt, dass wir uns begegnen. Danke, dass ihr uns helft, einander zu erkennen und den Mut haben, Hallo zu sagen. Damit wir schließlich in eine wahrhaft intime, romantische Beziehung eintauchen können. Amen. Das zweite Gebet von Erzsäger Raphael ist im Prinzip simpel. Raphael sagt, beten hilft. Diese Karte weist darauf hin, dass Gebete helfen und Gebete uns unterstützen. Und wir wollen diese Karte nutzen, um ein Gebet für die Heilung der ganzen Welt zu sprechen. Lieber Gott und Erzsäger Raphael, danke, dass ihr mein Gebet hört und beantwortet. Ich bitte von ganzem Herzen darum, schickt die Energie der Heilung, des Lichts, des Friedens und der Liebe über den ganzen Planeten. Liebe Erzsäger Raphael, hülle den ganzen Planeten in ein smaragdgrünes Licht ein, damit eine Welle der Heilung und die Kraft der Heilung über die ganze Erde geht. Hilft uns, wieder zu unserer Freiheit zu gelangen, wieder frei zu sein, glücklich zu sein, Spaß und Freude in unserem Leben zu haben. Bitte hilf allen Menschen dabei, in Frieden zu sein und deine Liebe, allmächtiger Vater, zu genießen. Ich wünsche dir, wie immer, einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Erlasse seine Engel deinen Weg leuchten. Licht und Liebe, Udo Wolfmann. Tschüss.